This podcast is brought to you by LMU Munich. Und Benjamin, obwohl er auf der einen Seite quasi ein progressiver Denker ist, ist auch einer, der verwurzelt ist in vielfältigen historischen Quellen und Ursprüngen. So, heute will ich mich einer dieser Quellen widmen, nämlich der Ideologietheorie von Karl Marx. Das ist nämlich prägend für den ganzen theoretischen Aufbau des Reproduktionsaufsatzes. Okay, also was ist jetzt Ideologie und worum geht es und was ist dann die politische Dimension? Wie gesagt, Ursprünge jedenfalls unmittelbar in den Theorien von Karl Marx. Und der erste Gedanke bei der Ideologie ist die Vorstellung, ja Ideologie, das ist so falsches Bewusstsein. Das sind alle möglichen Glaubenselemente oder abergläubischen Elemente, beispielsweise auch in der Religion, die dazu dienen, Leute zu blenden. Also das ist kein neues Problem, wie wir wissen, die ganze Problematik der sozialen Medien und der Verbreitung von Fake News und so weiter. Das ist ein Aspekt, das man als Marx vielleicht als Ideologie bezeichnet hätte. Allerdings, ich weiß nicht, ob glatte Lügen zur Ideologie gehören. Und klassischerweise ist falsches Bewusstsein kein, der Inhalt des falschen Bewusstseins sind nicht direkte Lügen, sondern Verblendungszusammenhänge, wo man nicht adäquat im Bilde ist über die Wirklichkeit seiner eigenen Existenz. Also dazu können sicherlich auch Lügen gehören, aber so krass unwahr muss Ideologie nicht sein. Gut, aber jedenfalls ist der Hintergrund bei Marx der Gedanke, dass zur Ideologie und damit zum falschen Bewusstsein gehören Elemente wie nicht nur Religion, das ist die klassische Vorstellung, weil aus Marxens atheistischer Sicht ist die Religion ein eindeutiges Blendwerk, nicht nur die Religion, sondern eben auch die Kunst. Kunst ist oder wäre oder quasi so tradiert, Kunst wäre etwas aus marxistischer Sicht, was höchstens in der Freizeit was zu genießen wäre und dabei auch allerlei ideologische Elemente enthalten würde. Also Marx, oder jedenfalls, ich glaube nicht, dass das auf Marx selbst zutrifft, aber der Ansatz wäre aus harter marxistischer Sicht, dass die Kunst eher mit Vorsicht zu genießen ist und meistens instrumentalisiert wird von den herrschenden Kräften, um eben die arbeitende Masse über seine eigenen politischen Interessen zu täuschen. Also das ist quasi der Ansatz erstmal mit diesem Gedanken der Ideologie. Und wenn man das so verfolgen würde, ist das natürlich eine klassische Position und findet man schon bei Platon in der Politeia, wo Platon eben auch zum Ausdruck bringt, dass die Kunst allenfalls ein Abbild eines Abbildes, eines tendenziell falschen Abbildes ist und dadurch umso mehr falsch und umso mehr ein Bereich ist, wo man mit Vorsicht vorgehen muss. Okay, also der klassische Ansatz ist, Kunst ist Blendwerk und deswegen kein würdiger Gegenstand der Philosophie oder überhaupt der Moral oder sonst was. Also es ist etwas, wie auch Horatz sagt, es sind gefällige Süßigkeiten, mit denen man bestenfalls moralische Lehren verabreicht. Das ist dann ein anderer klassischer Ansatz. Also etwas Nebensächliches und nicht so Wichtiges. Und bei Marx eben auch potenziell gefährlich, weil dadurch reaktionäre politische Ansichten gefährlich verpackt werden. Okay, nun bei Marx oder Marx, das Theoriegerüst von Marx ist, trotzdem muss man sich das anschauen, weil, wie gesagt, diese Struktur geht in die Debatte im 20. Jahrhundert ein. Und gerade auch bei Benjamin. Übrigens, das habe ich schon erwähnt, aber nochmal im Hintergrund, der Gedanke, ja die Kunst ist, ist eher Blendwerk und unwahr und fake und so weiter. Dagegen hat man sich natürlich auch ganz deutlich, gerade im 19. Jahrhundert aufgelehnt, zunächst wohl bei in der Romantik, also wenn man sich Novales anschaut, also seine Auffassung von Kunst ist viel positiver als Platons beispielsweise oder die klassische Auffassung. Und dann noch viel deutlicher und philosophisch aufgearbeiteter sozusagen bei Nietzsche, wenn Sie von Nietzsche die Arbeit Geburt der Tragödie lesen, dann werden Sie dort auch sehen. Also für Nietzsche ist die Kunst kein Aspekt des falschen Bewusstseins, sondern ist mehr oder weniger eine Quintessenz des Bewusstseins überhaupt. Deswegen dieser Satz, dass die Welt nur im Sinne der Kunst zu rechtfertigen ist. Okay, also der Hintergrund ist auf der einen Seite diese harte marxistische Einstellung, wonach Kunst allenfalls eine Verpackung von negativen politischen Ansichten ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann heranwachsend. Die Vorstellung, ja Kunst ist viel mehr als das. Es ist eigentlich prägend für die wahrgenommene Welt überhaupt. Gut, okay, das als Einführung. Nun, die klassische Stelle bei Marx über die Ideologie kommt zur Kritik der politischen Ökonomie im Vorwort. Also die Quelle ist Marx-Engels-Werke, MEW, Band 13, Seite 8. Aus dem Vorwort der Arbeit zur Kritik der politischen Ökonomie. Und da heißt es bei Marx, in der klassischen Stelle, also er wendet sich hier gewissermaßen gegen Hegel. Weil Hegel, wie Sie möglicherweise wissen, Hegel hat die Theorie entwickelt, dass in der Geschichte es um Geist geht und um die Entwicklung von Geist. Der Geist entwickelt sich fortwährend und dadurch entstehen andere gesellschaftliche Formen. Also das ist schon quasi die Inspiration für Marx. Marx sagt aber, das ist dann falsch rum. Es ist nicht Geist, der die historische Entwicklung bedingt, sondern umgekehrt. Es ist die konkrete historische Entwicklung, die den Geist bedingt. Klassischerweise dann heißt es, es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, dass ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Ja, also das ist diese berühmte Hegel auf die Füße stellen, wovon häufig die Rede ist. Und Marxens Anspruch ist, ja, Hegel hat es gewissermaßen richtig gesehen, dass es diese historischen Entwicklungen gibt und dass die Welt sich verändert im Laufe der Zeit. Aber Hegel hat das als irgendwas Spirituelles gesehen oder Geistiges oder Abstraktes oder was auch immer. In Wirklichkeit ist es aber so, dass die harten Fakten der Geschichte sich entwickeln und darauf aufbauend entstehen Bewusstseinsformen. Und das ist dann Marxens Theorie von Basis und Überbau. Das heißt dann bei ihm an der gleichen Stelle, in der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein. Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Okay, was heißt das jetzt alles? Die materiellen Produktivkräfte bei Marx sind die Organisationstechniken, die die moderne Welt ermöglichen. Und diese organisierten, ich schreibe das mal auf, materielle Produktivkräfte. Okay, also die materiellen Produktivkräfte sind alles, was dazu führt, dass der Mensch also heutzutage eine Industriegesellschaft aufbauen kann. Das wären dann am wichtigsten, natürlich ist wichtig die physische Technologie, also Dampfmaschinen und was sonst noch alles, also dass die industrielle Produktion ermöglicht, auf technischer Ebene. Aber genauso wichtig, oder gegebenenfalls noch wichtiger, sind die gesellschaftlichen Organisationsformen. Und das sind zunächst mal Kapitalbildung, also die Möglichkeit, dass sich Arbeit oder die Früchte der Arbeit ansammeln. Also Kapital ist angehäufte Arbeit. Ich meine, wenn ich jetzt 10.000 Euro auf der Bank habe oder irgendwas, das ist etwas, was meine Arbeit, ja, normalerweise, also meine Arbeit darstellt, aber auf eine transferierbare Art und Weise. Es liegt da, ich kann es abrufen. Ich muss dann nicht jedes Mal, also jedes Mal, wenn ich, also das Bild wäre, in einer primitiven Gesellschaft, ich brauche, keine Ahnung, ein neues Hemd oder irgendwas. In der primitiven Gesellschaft muss ich dann rausgehen und mir irgendwie ein Hemd herstellen oder ein Tier töten und dann mich mit dem Fell bekleiden oder irgendwas. Also das ist so quasi, die primitive Situation ist, dass Bedürfnisse immer nur unmittelbar durch eine direkte, zeitgleiche Tätigkeit gedeckt werden können. Ja, das ist die ultimative, analoge Welt. Aber sobald die Möglichkeit von Kapital entsteht, das heißt, dass meine Arbeit gestapelt, angehäuft, angespart werden kann, dann verwandelt sich meine ganze Tätigkeit. Das führt zu allerlei Möglichkeiten, die ich vorher nicht hatte. Beispielsweise, ich muss in der primitiven Welt, so jedenfalls, natürlich ist das eine Karikatur, aber in der primitiven Welt, wie gesagt, ich muss jedes Mal, wenn ich was brauche, muss ich das dann direkt erledigen. Ich kann das nicht irgendwie abrufen oder in den Laden gehen und kaufen oder sonst was, sondern ich muss das Tier schlachten oder ja, was auch immer. Also diese Unmittelbarkeit verhindert, dass aus meiner Arbeit mehr wird, als das, was ich jedes Mal direkt unternehme. Aber natürlich, wenn Kapital oder die Kapitalbildung, eigentlich ist das noch kein Kapital, es ist nur Geld, aber trotzdem. Also wenn diese Möglichkeit erst mal entsteht, dann kann ich vorab arbeiten und erst später die Früchte meiner Arbeit einlösen. Also typischerweise dann, dass ich anstatt jedes Mal meine unmittelbaren Bedürfnisse unmittelbar zu befriedigen, arbeite ich dann auch für andere Leute. Ich spezialisiere mich auf irgendwas. Bin ich ein Schuhmacher oder keine Ahnung was, ich mache dann Schuhe, mehr als ich selber brauche. Also nicht meine unmittelbaren Bedürfnisse, sondern auch für andere. Und bekomme von denen, also in der primitiven Gesellschaft würde ich dann eine materielle Gegenleistung, also vom Bäcker würde ich dann Brot bekommen. Ich gebe ihnen Schuhe, er gibt mir Brot. Das ist quasi die primitive Tauschwirtschaft. Also ein bisschen mehr als nur unmittelbare Bedürfnisse befriedigen durch mich selber. Aber immer noch primitiv. Aber sobald es Geld gibt, kann ich quasi auf Vorrat meine Schuhe herstellen und dann verkaufen, was auch immer. Dann erhalte ich eben nicht materielle Gegenleistungen, sondern eben Geld. Also das ist ein höheres Abstraktionsniveau. Und durch dieses Abstraktionsniveau bildet sich dann also die Möglichkeit, ein paar Stufen weiter, dass ich auf der Bank 10.000 Euro liegen habe und nicht nur einen Haufen Schuhe, die ich dann noch verkaufen muss oder was auch immer. Okay, also das ist der erste Abstraktionsschritt. Der weitere Abstraktionsschritt zum Kapital ist die Möglichkeit, größere Mengen von diesem Geld zu sammeln, auch von anderen Leuten. Also der Kapitalist hat nicht nur das Geld, das er selber verdient hat, sondern er hat auch das Geld anderer Leute. Der Kapitalist ist einer, der Geld einnimmt von, also heute würde man sagen, Investoren und bildet damit Kapital. Und damit, also sobald Kapital gebildet wird, also in einer primitive oder auf einer primitiveren Stufe, verdiene ich genug Geld, um mein Werkzeug zu kaufen, vielleicht, damit ich meine Schuhe herstellen kann. Aber nicht mehr als das. Aber der Kapitalist bündelt nicht nur die Früchte seiner eigenen Arbeit, sondern auch die Früchte der Arbeit anderer Leute. Und dadurch entsteht Kapital und das ist viel mehr und viel mächtiger als nur die Verdienste des Einzelnen. Und das wiederum ändert ebenfalls die ganze Situation. Das ist das Gesetz von, wie heißt das nochmal, Verwandlung von Quantität in Qualität. Also wenn ich genug von diesem Kapital habe oder wenn ich genug Geld habe, dann verwandelt es sich in Kapital. Und Kapital ist was anderes in dem Sinne, dass ich dann viel mehr unternehmen kann, als ich vorhin hätte unternehmen können. Ich kann eine ganze Industrie aufbauen. Also ich brauche dann nicht mehr meine Schuhe oder ich mit meinem Azubi oder irgendwas Schuhe herstellen, sondern ich kann etwas viel Größeres, eine ganze Schuhfabrik aufbauen, weil ich eben das Kapital, die Früchte der Arbeit von anderen Leuten ebenfalls einbringen kann. Gut, also wenn wir so weit sind, das ist der Markt, wir haben, also wir haben, von Anfang an gewissermaßen haben wir einen Markt für die Schuhe, dann haben wir einen Markt für Kapital. Das ist eine höhere Abstraktionsebene. Also die erste Abstraktionsebene, ich abstrahiere von den Gegenständen, nämlich den Schuhen, auf die Ebene Geld. Die zweite Abstraktionsebene, ich abstrahiere von dem unmittelbaren Entgelten meiner Erzeugnisse auf das Ansparen oder Anhäufen von Geld überhaupt. Und das ist dann Kapital. Also zwei Abstraktionsstufen. Mindestens. Gut, das wiederum, also was ist jetzt die neue Qualität, die daraus entsteht? Die neue Qualität ist, dass ich, dass die Welt der Arbeit sich verwandelt. Und hier wird es, das ist jetzt die Gesellschaft, also das eine ist quasi eine begriffliche Änderung mit Geld. Das zweite ist eine Änderung, die gesellschaftliche Organisation umwirft. Und das ist die Entwicklung des Arbeitsmarktes. Also wir hatten schon einen Markt für Gegenstände, einen Markt für Geld und jetzt haben wir einen Markt für Arbeit. Und das folgt in der Form, dass anstatt, dass Leute sich beliebig vielleicht als Schuhmacher oder Bäcker betätigen und ihre Erzeugnisse dann anbeten, das machen sie jetzt nicht mehr. Das ist quasi das klassisch feudale Handwerksmuster. jetzt läuft es anders, indem sie sich als Arbeitskräfte ganz abstrakt auf dem Arbeitsmarkt anbieten müssen. Der Handwerker in der feudalen Gesellschaft oder in der primitiven Gesellschaft macht seine Erzeugnisse und verkauft sie. Und was auf dem Markt erscheint, sind nur seine Schuhe, nicht er selbst. Aber wenn ich Kapital habe und dann brauche ich Arbeiter und zwar viele, wenn ich eine Industrie aufbauen will, dann brauche ich einen Markt. Ich kann nicht einfach warten, bis irgendwelche Leute kommen und sagen, ja, ich kann ganz gut was auch immer drechseln oder Wolle spinnen oder sonst was. Das geht nicht. Ich muss mich darauf verlassen können, dass es einen Markt gibt. wo ich bestimmen kann, was ich brauche. Der Käufer ist König hier. Der Käufer ist der Kapitalist. Der Kapitalist kommt auf den Markt und kauft ein. Er kauft natürlich Rohmaterialien für seine Erzeugnisse ein und außerdem kauft er Arbeitskräfte ein. Und das ist eine Verwandlung, das ist eine tiefgreifende, so Marx eine tiefgreifende organisatorische Verwandlung der alten gesellschaftlichen Strukturen. Und das sind alles materielle Produktivkräfte. Also die materiellen Produktivkräfte für den Industrialisten, der jetzt Schuhe herstellt, sind einerseits die technischen Bedingungen. Er braucht Maschinen, mit denen er die Dinger herstellen kann. Aber noch viel wichtiger sind die organisatorischen Bedingungen, nämlich Kapitalmarkt, also irgendwoher muss er das Geld kriegen, um seine Fabrik zu bauen. Keiner, also, oder fast keiner, heutzutage beginnt industrielle Projekte, ohne Geld, Kapital irgendwo einsammeln zu müssen. Er geht zur Bank oder was auch immer. Also das ist die andere Vorbedingung. Und die wichtigste Vorbedingung von allen, jedenfalls so Marx, ist der Arbeitsmarkt. Und hier haben wir lauter organisatorische Sachen, die es früher gar nicht gab. Die Maschinen sind standardisiert nach den Normen, oder sie erzeugen auch nach den Normen. Die Erzeugnisse, die Gegenstände, die hergestellt werden, werden geprüft von TÜV und was auch immer. Also alle sind insofern gewissermaßen miteinander austauschbar. Es sind Waren. Das ist die Warenwirtschaft. Also der Handwerker erzeugt keine Waren. Er erzeugt unmittelbare Güter. Also der Schuhmacher, der für eine bestimmte Person Schuhe herstellt, das ist keine Ware. Das ist etwas Besonderes für den einzelnen Käufer. Aber die Schuhe, die die meisten von uns in den Schuhläden kaufen, das ist Ware. Davon gibt es Tausende und Millionen, alle sind einander gleich oder mit gewissen Abstufen, Stufen in der Größe oder was auch immer oder im Stil etc. Aber es sind Waren. Übrigens das ist die Veränderung von individuellen Erzeugnissen zu Waren ist ja etwas, was man ständig beobachten kann, auch in der neueren Technologie. Früher, vor ein paar Jahren, wenn man einen Computer kaufen wollte, dann hat man sich das Ding einzeln zusammen basteln lassen. Und das war ein handwerkliches Produkt. Aber heutzutage würde das kein Mensch machen. Das kauft man einfach bei Aldi in irgendeiner Form. Das sind die Waren. Das ist die Standardisierung. Die Standardisierung betrifft auch den Menschen. Weil der Mensch ist dann nur noch eine Ware und tritt auf den Arbeitsmarkt als etwas mit bestimmten austauschbaren Eigenschaften. Also der hat eine Ausbildung als irgendwas. Schuhmacher, Bankkaufmann, Lehrer, keine Ahnung. also irgendeine bestimmte austauschbare Qualität, die für alle anderen Leute ebenfalls auf diesem Arbeitsmarkt gelten. Okay, also das ist dann noch eine weitere Abstraktion. Von Menschen wird abstrahiert auf Arbeitskraft. Der Mensch ist kein Mensch mehr, sondern eine Arbeitskraft. Gut, also das sind jetzt die materiellen Produktivkräfte für Marx. So, und das Argument im Grunde ist, also zunächst mal ist, wie gesagt, es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt das gesellschaftliche Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Und das gesellschaftliche Sein der Menschen, wie gesagt, gehört zu den materiellen Produktivkräften und das ist, was das Bewusstsein des Menschen als Überbau bestimmt. Also der Überbau ist dann hier oben und das Argument quasi gegen Hegel ist, ja, Hegel hätte irgendwie gedacht, dass die Philosophen oder die Philosophenkönige hier oben könnten bestimmen, wie die Welt sich entwickelt und das ist dann die Geschichte auf der Bewusstseinsebene, auf der bewussten Ebene. Nein, sagt Marx, das ist eine Illusion, eigentlich ist es andersrum, es kommt von unten, also die Basis hier unten bestimmt den Überbau, nämlich das Bewusstsein. Okay, aber, und jetzt hier ist Marxens Theorie der politischen Veränderung sozusagen, weil es so ist, dass die materiellen Produktivkräfte sich zuerst entwickeln und weil eine Diskontinuität besteht zwischen Basis und Überbau, das sind nicht dasselbe, sondern es ist nur, dass hier oben das Bewusstsein wird beeinflusst, determiniert von der Basis. Es ist aber nicht dasselbe. Es kann immer wieder dazu kommen, dass die Art und Weise, wie die Menschen über sich denken, im Widerspruch steht zu den tatsächlichen Gegebenheiten ihrer gesellschaftlichen Existenz. und das ist vor allem so, wenn diese gesellschaftlichen oder die materiellen Bedingungen sich rasch verändern, weil dann kommt der Überbau nicht nach. Und speziell in der heutigen Situation oder sagen wir mal so, zu diesen materiellen Produktivkräften gehören nein, andersrum, also zum Überbau gehören auch juristische, also Marx sagt auch juristische und politische und künstlerische und religiöse Elemente. Und aus den juristischen Elementen fließen schon materielle Bedingungen. Ich meine, das Recht auch für Marx, es kann sein, dass das Recht quasi die Basis irgendwie reflektiert, aber die juristischen Elemente sind ein Versuch des Menschen auf der Bewusstseinsebene sich mit der Basis zu arrangieren. Und in der bürgerlichen Gesellschaft oder überhaupt funktionieren die juristischen Elemente so, dass die Eigentum definieren. Also die juristischen Elemente auf innerhalb der Basis Überbaustruktur, das sind die Elemente, die die Eigentumsverhältnisse definieren. Also die Eigentumsverhältnisse sind quasi ein bisschen up-sides, in dem sie sich darauf beziehen, es ist ein bisschen so ein Feedback. es sind die juristischen Überlegungen, die die Eigentumsverhältnisse definieren, die dann auf die materiellen Produktivkräfte einwirken. Okay, und der klassische Punkt ist für Marx, dass in dieser ganzen Geschichte, also das Kapital entwickelt wird und dass es Arbeitsmärkte und Pipapo gibt, das ist alles in Ordnung, das ist die Modernität, so machen wir es heute und wenn wir es nicht tun würden, dann hätten wir die ganzen Annehmlichkeiten, Bequemlichkeiten des modernen Lebens, weil das hängt von der Industrie ab, also so weit in Ordnung, das ist okay, Marx ist kein Anti-Industrialist, vielleicht sollte er das sein, aber Marx ist es nicht. Das Problem ist aber, dass diese immens kräftigen organisatorischen Maßnahmen von den juristischen und politischen und gewissermaßen künstlerischen und so weiter Reflexionen falsch verarbeitet werden. Insbesondere dadurch, dass die Eigentumsverhältnisse falsch definiert werden. Und Marxens Bild ist, in der bürgerlichen Gesellschaft, also in der kapitalistischen Gesellschaft, bildet sich ein Bürgertum heraus, quasi auf dem Modell des Feudalen. Also in der Feudalen Gesellschaftsstruktur hat man die Lehnherren oder die einzelnen was sind die Begriffe, ich weiß es nicht, also Sie wissen, was ich meine, mehr oder weniger versklavte Arbeiter landwirtschaftlich alle einem dem lokalen Herrn zugeordnet. Also man braucht, man hat damals einen Herrn gebraucht, um das Ding überhaupt zu organisieren im Feudalismus. Das geht zu Bruch während des Übergangs vom Feudalismus zum modernen Kapitalismus. Aber was aber nicht abgeschafft wird, ist die Vorstellung, dass man Eigentum an den Produktionsverhältnissen beibehält. In der Feudalen Gesellschaft ist der Herr Eigentümer von Grund und Boden. Wo seine Leute arbeiten. Und die Vorstellung, dass Eigentum an den Produktivkräften irgendwie notwendig ist oder geboten, also diese juristische Vorstellung, setzt sich fort, auch unter Kapitalismus. Und die Eigentümer im Kapitalismus sind dann nicht mehr die Aristokraten auf ihren Burgen und Wehranlagen, sondern es ist das Bürgertum. Also der Bürger oder der Großbürger jedenfalls, der Kapitalist übernimmt die Vorstellung von früheren Zeiten, die politische Vorstellung, dass irgendeiner Eigentümer sein muss von den Produktionsverhältnissen. Und das ist der Fehler. Das ist ein organisatorischer Fehler. Das ist für Marx keine moralische Sache, sondern es ist einfach schlechte Organisation. Weil im hochentwickelten Kapitalismus oder in diesen Produktionsverhältnissen hängt es von den Arbeitern ab, von der Zusammenarbeit der Kräfte, die auf dem Arbeitsmarkt zusammenkommen und dann für die Industrie arbeiten, es hängt von deren Koordinierung und Solidarität ab, dass die Fabrik überhaupt funktioniert. Also eine Fabrik ist ein Team. Und ein Team ist etwas, wo keine unausgewogenen Eigentumsverhältnisse bestehen bleiben dürfen. Das ist im Grunde Marxens Argument. Die ganze Systematik des Kapitalismus zu Marx. Ob wir das heute so sehen würden oder nicht, ist ein bisschen eine andere Frage, aber der Punkt ist, wo ist jetzt der Widerspruch für Marx? Der Widerspruch ist zwischen den Eigentumsverhältnissen, nämlich insbesondere der Vorstellung, dass die Produktionsverhältnisse im Privateigentum eines Kapitalisten sich befinden sollen, und den tatsächlichen tagtäglichen Arbeitsbedingungen, die unbedingt Teams erfordern. Also das ist der Widerspruch. Und in dem Sinne sagt Marx ist Kapitalismus sein eigener Totengräber. Er kann so nicht bestehen bleiben, weil die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Eigentumsverhältnisse nicht miteinander übereinstimmen. Ja? Okay. Also das ist jetzt möglicherweise Ihnen das alles sehr vertraut. Aber wenn nicht, das ist ziemlich eine Grundvoraussetzung dafür, dass man Benjamin versteht. Gut. Die Frage ist, jetzt geht es ein bisschen weiter. Die Frage ist, also genau wie, das haben Sie gewissermaßen gemerkt, in dem Sinne, dass diese Feedback-Loop erzeugt hier Eigentumsverhältnisse, die nicht zu den materiellen Produktivkräften gehören und wichtiger sind als nur eine Bewusstseinsreflexion, weil sie tatsächlich einwirken auf dies Einwirken auf und konfligieren mit den materiellen Produktivkräften. Ja, also es gibt, es ist nicht so, auch bei Marx, es ist nicht so, dass der Mensch quasi, oder gerade bei Marx ist es nicht so, dass der Mensch passiv gefangen ist in seiner Ideologie, in seiner Verblendung. Also die Religion ist nicht typisch oder maßgeblich, also wenn man die Religion als quasi Beispiel eines negativen ideologischen Inhalts nimmt, das ist nicht so für alle ideologischen Aspekte, insbesondere nicht für das Juristische, weil mit dem Juristischen organisiert sich der Mensch in dieser Feedback-Geschichte und wirkt ein, auch auf die materiellen Produktionsbedingungen. Okay, also das ist nicht, die Wirkung ist nicht nur von unten nach oben, sondern kommt auch wieder runter unter bestimmten Aspekten. Und diese Überlegung, dass der Mensch nicht nur quasi Opfer von irgendwelchen mehr oder weniger physischen Vorgängen ist, das ist etwas, was gerade im 20. Jahrhundert wieder ganz wichtig wird. Ja, ich meine im 19. Jahrhundert mit Marx, mit Positivisten wie Comte, mit John Stuart Mill, mit diesen ganzen Leuten, die waren alle, alle hatten der Vorstellung, ja, es gilt halt die harte Naturwissenschaft, die Wirklichkeit ist halt das, was da draußen ist, wie der Mensch darüber denkt, ist alles völlig sekundär und wir brauchen nur harte Fakten und dann können wir entscheiden, wie die Welt vorangeht und welche Ziele sie anstrebt. Im 20. Jahrhundert ist das dann wieder ein bisschen anders, dann kommt man wieder doch zu den Gedanken, naja, irgendwie muss der Geist, der viel gescholtene Geist bei Hegel doch eine Rolle spielen und nicht nur Abglanz der Basis sein. Okay, und hier haben wir dann die wichtige Stufe, ist ein Versuch Hegel wieder ein bisschen zu importieren und der entscheidende Denker in diesem Zusammenhang ist Georg Lukacs. Lukacs schrieb 1923 den sehr einflussreichen Text Geschichte und Klassenbewusstsein Geschichte und Klassenbewusstsein Geschichte und Klassenbewusstsein ist ein marxistischer Ansatz, ein Versuch wieder zu klären, ja, wie entwickelt sich die Geschichte, was ist Fortschritt, wie kommen wir aus, also 1923 direkt nach dem Ersten Weltkrieg, absoluter Kulturpessimismus überall, starker Umschwung zu allen möglichen revolutionären, aber auch nationalistischen Bewegungen, aber bei Lukacs ist es, der früher Literaturwissenschaftler war oder im Ursprung, das war ein ungarischer Aristokrat, 1923 kommt er dann zu einem philosophisch- marxistischen Projekt, das sich in dem extrem einflussreichen Text Geschichte und Klassenbewusstsein seinen Ausdruck findet. Der Punkt mit Geschichte und Klassenbewusstsein ist, dass diese Dichotomie gewissermaßen aufgehoben wird, weil in der Geschichte entscheidend ist nicht eine mehr oder weniger glückliche Reflexion im Bewusstsein über das hier, sondern das Bewusstsein ist grundsätzlich geprägt durch gesellschaftliche Elemente. Und diese gesellschaftlichen Elemente sind das, was Lukacs als Klassenbewusstsein beschreibt. Und sein Slogan sozusagen ist, dass die Geschichte kollektiv hergestellt wird, und zwar kollektiv von Proletariat. Und Lukacs sagt, das Proletariat, hier ist sein Slogan, wie gesagt, das Proletariat ist das Subjekt der Geschichte. Also Subjekt in dem Sinne das arbeitende, herstellende Bewusstsein, eine Kollektivität. Dadurch, dass ein Mensch Mitglied des Proletariats ist, ist er oder sie Bestandteil einer des historischen Fortschrittes. Also wenn ich Proletarier bin, dann bin ich quasi zwangsläufig ein Revolutionär, ohne dass ich darüber nachdenke. Es braucht eigentlich kein Feedback, das juristisch und so weiter, das kann ich vergessen. Alleine die Eigenschaft, ein Proletarier zu sein, führt zu dieser Progressivität. Das ist etwas, was insgesamt bei den Denkern des 20. Jahrhunderts großen Einfluss gehabt hat. Wichtig ist, dass quasi alle Elemente, eben auch diese Überbau-Elemente, dem Organisatorischen zugeschlagen werden. Es ist nicht mehr der Fall. Lukacs sagt nicht mehr Arbeitsmarkt, Kapitalmarkt und so weiter, also daraus fließt alles, sondern er sagt, die gesamte Bewusstseinseinstellung eines Proletariers, das ist das Maßgebliche und das umfasst auch alle ideologischen Erlebnisse, also das, was Marx als ideologisch relativieren würde. Das ist bei Lukacs Teil dieser Identität als Subjekt der Geschichte, wie Lukacs sagt. Und das Subjekt der Geschichte, da kommt man bei Lukacs, muss man einfach abwarten, bis das Subjekt der Geschichte quasi die Ernte einfährt. Da ist nicht mal, also nicht zwangsläufig eine Revolution oder irgendwas oder juristische Reformen oder ideologischer Kampf notwendig, sondern es ist einfach eine Frage, dass man abwartet, weil das Proletariat wird zwangsläufig das Proletariat ist zwangsläufig Erbe der Geschichte. Also es ist eine gewisse Passivität. Gut, also das ist quasi ein etwas negativer Aspekt. Der positivere Aspekt, und das ist jetzt was bei Benjamin eingeht, Benjamin hat Lukacs Text gelesen und es sehr eingearbeitet, bei Benjamin und das jetzt ist der Punkt mit seinem Text der Reproduktionsarbeit, für Benjamin führt dieses Aufheben der Diskontinuität zwischen dem Überbau und der Basis dazu, dass ideologische oder nein, eben nicht ideologische, künstlerische Techniken auch Teil der des Unterbaus werden. Ja, also Benjamins Fragestellung ist, okay, in dem Sinne auch wieder klassisch marxistisch, wir können uns distanzieren von den unmittelbaren organisatorischen Gegebenheiten, aber unsere Rolle, also was erforderlich ist, genau wie bei Marx, ist, dass wir einsehen, was diese materiellen Produktivkräfte eigentlich von uns fordern. Also der Kapitalist, vielleicht weiß er es vielleicht nicht, aber er versucht zu verhindern, dass die Arbeiter verstehen, was hier los ist. Also wenn die Arbeiter das verstehen würden, dann würden sie sehen, naja, wir haben das alles geschaffen, wir haben diese Welt erzeugt, durch unser Teamwork, die Tatsache, dass die juristischen Eigentumsverhältnisse diese Macht in den Händen des Kapitalisten konzentrieren, das ist überhaupt nicht notwendig, dafür, dass die materiellen Produktivkräfte produktiv arbeiten. Und das sieht, das ist jetzt Marx, das sieht der Arbeiter ein, und infolgedessen irgendwann werden diese Widersprüche bewusst, und dann kommt die Revolution oder irgend so was. Das ist etwas, was bei Lukacs ein bisschen verloren geht, weil der Proletarier, wie gesagt, wird automatisch die Ernte einfahren, ohne dass er besonders darüber nachdenken müsste. Okay, gut, also das ist, da geht was verloren, bei Lukacs. Bei Benjamin kommt es aber wieder zurück, weil Benjamin sagt, zu diesen materiellen Produktivkräften, wenn ich ein Künstler bin, oder wenn ich überhaupt mit Kunst was zu tun habe, gehören auch die technischen und organisatorischen Bedingungen der Kunsterzeugung. Also darüber hatte Marx sich keine Gedanken gemacht, aber das ist für Benjamin ganz wichtig. Der Ansatz ist genau wie Marx überlegt hatte, ja, wie kann man korrekt, wahrheitsgemäß, die Folgen unserer neuen gesellschaftlichen Techniken erfassen, also die Techniken Kapital und Arbeitsmarkt. Wie kann man am besten das verstehen und dann was draus machen? Benjamin stellt die gleiche Frage in einem etwas anderen Kontext, nämlich wie kann man die technischen und sozialen Bedingungen der Kunst, der neuen Kunst, weil die Kunst ändert sich. Wie kann man diese neuen Bedingungen der neuen Kunst so reflektieren, dass wir ja, zu einem revolutionären oder befreienden emanzipatorischen Bewusstsein kommen? Die gleiche Frage wie bei Marx, nur ein kleines bisschen verschoben oder der Begriff der materiellen Produktivkräfte dann damit erweitert oder speziell auf die Kunst angewandt. Okay, und da haben wir natürlich die gleiche Situation. Wir haben in der Kunst, so Benjamin, quasi ältere Formen, präbürgerliche Formen, Formen der Kunst und Formen der künstlerischen Organisation, die älter sind und dann haben wir die Neuen und die Alten, das ist jetzt die auratische Kunst, die einmalige ritualbezogene Kunst, also Heiligenbilder und solche Sachen, die typisch wären dafür, das Einmalige, das Museale Kunst, die Bilder, die einzigartig sind, nur einmal vorkommen und betrachtet oder kontempliert werden. Das ist die alte Form der Kunst, die existiert weiterhin, aber wir dürfen uns von diesen alten Formen nicht blenden lassen. Es gibt dann auch die neuere Kunst und genau wie die neueren Produktivkräfte ein neues Bewusstsein oder organisatorische Mittel erfordern, so ist es auch mit der Kunst. Die neuen Produktivkräfte in der Kunst erfordern ebenfalls neue Rezeptionstechniken. Das ist der Ansatz, das ist der Gedanke. Wie macht das? Dafür wird die Zeit auch mehr ein bisschen kurz, aber das wichtigste ... Also ein Beispiel, sein wichtigstes Beispiel, wie Sie wissen, wie wir schon angesprochen hatten, ist der Film. der Film in der Herstellung notgedrungen, also kapitalistisch könnte man schon sagen, Filme kann man nur herstellen, wenn man das Kapital hat und auch einen Arbeitsmarkt hat, also nicht unbedingt für die Darsteller, ich weiß, Darsteller, sind das Leute auf dem Arbeitsmarkt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber jedenfalls für das ganze restliche Team braucht man einen Arbeitsmarkt, also Kapital und so weiter, also das ist jetzt vielleicht weniger wichtig. Im Abschnitt 14 der ersten Version des Kunstwerkaufsatzes macht er dazu ein paar Bemerkungen, ich will das jetzt nur überfliegen, aber beispielsweise sagt er, also was sind jetzt diese geänderten technischen Bedingungen? Und beim Film sagt er, der Film bietet einen Anblick, wie er vorher nie und nirgends denkbar gewesen ist, also für das Kunstwerk. Was ist jetzt dieser Anblick? Und sein Beispiel ist dann, es gibt keinen einzigen Standpunkt mehr. Ja, also das heißt im Film, die Kamera nimmt immer wieder unterschiedliche Aspekte auf und der Cutter schließt sie dann zusammen. Aber das ist so quasi eine künstliche Konstruktion, die vorher auch nie möglich gewesen wäre. Also in der, ja, gut, sagt Benjamin jedenfalls, das ist, er sagt, seine illusionäre Natur, vom Film, ist eine Natur zweiter Ordnung. Sie ist ein Ergebnis des Schnitts. Das heißt, im Filmatelier ist die Apparatur derart tief in die Wirklichkeit eingedrungen, dass deren Reiner vom Fremdkörper der Apparatur freier Aspekt das Ergebnis einer eigenen technischen Prozedur ist. Also es ist die Montage, diese Technik der Montage. Also ob man jetzt unmittelbar von diesem Beispiel überzeugt ist oder nicht, das spielt jetzt keine große Rolle, aber Benjamin sucht nach Elementen und es gibt die sicherlich, wo die neuere Kunst, hier am Beispiel des Films, strukturell unterschiedlich ist von allen vorangegangenen Kunstgattungen. Und diese Veränderung, sagt Benjamin, ist nicht nur analog mit den Änderungen in den materiellen Produktivkräften der Industrie oder der Wirtschaft, sondern ist auch ein Teil. Und das ist der zweite Punkt, den er macht. Also insofern auch politisch. Die Kunst ist zwangsläufig politisch, sagt Benjamin. Und das ist der zweite Punkt, den er dann im Abschnitt 15 von der ersten Version bespricht. Und wieder, das ist ein Beispiel, was Sie vielleicht akzeptieren oder vielleicht auch nicht, aber er sagt, der Film erfordert oder lädt ein zu einer Kollektivrezeption. Ja, also der Film findet statt mit im Kino mit vielen Zuschauern. Das ist natürlich wieder jetzt mit Netflix und Co. wieder anders, aber damals jedenfalls. Das Phänomen, die Zuschauer strömen ins Kino und betrachten und schauen sich einen Film an, das ist etwas, was es vorher in der Form nicht geben konnte. Also auch, dass die Zuschauer in viele Kinos überall im Land sich denselben Film anschauen gleichzeitig. Das ist auch diese Kollektivrezeption. Ein weiterer Aspekt auch davon, also wie Sie wissen, er sagt auch einiges mehr als das alles, aber er sagt, egal, wie gesagt, ob wir diesem Beispiel zustimmen würden oder nicht, ist eine andere Frage, aber für die gesellschaftliche Komponente der Produktionskräfte, sagt er auch, das führt dazu oder kann dazu führen, zu dieser anderen Art der Perzeption oder Aperzeption. Aufgenommen wird der Film zum einen als Zerstreuung, das haben wir letzte Woche ein bisschen angesprochen, und zum anderen kritisch. Also der Zuschauer eines Films setzt sich kritisch mit dem Film auseinander auf der Art und Weise, was er Beispiel, also sein Beispiel, mit Picasso oder mit den Surrealisten nicht würde oder nicht trauen würde. Also wenn der quasi der Nicht-Kunst Theoretiker schaut sich im Museum ein surrealistisches Bild an, sein Beispiel, nicht meins, würde er nicht wissen, wie damit umgehen, möglicherweise akzeptieren, möglicherweise ablehnen, aber jedenfalls sich nicht engagieren. Das ist anders mit dem Film, Schacht-Benjamin. Also mit dem Film sind die Leute kritisch involviert. Also sie finden es gut, finden es schlecht und finden auch Gründe dafür. Also das ist ein Einbeziehen, was in den traditionellen Kunstformen nicht möglich ist oder jedenfalls nicht gepflegt wurde. Okay, also das jetzt ein paar Hinweise darauf, worum es jetzt Benjamin geht in dieser Geschichte. Also wie gesagt, man mag schon heutzutage sagen, naja, Benjamin idealisiert den Film ein bisschen, aber ich meine, ihm war schon klar, damals, Mitte der 30er Jahre, dass Film missbraucht werden kann und missbraucht wird für im negativen Sinne ideologische Zwecke. Ob es jetzt Leni Riefenstarr ist, oder was er als grotesk Filme beschreibt, oder sind die gut? Da habe ich es vergessen. Aber jedenfalls so sentimentale Filme, die eher, die kein politisches Bewusstsein erzeugen. Ein Beispiel für etwas, für gute Filme ist den Charlie Chaplin, weil das quasi eine satirische Distanz gegenüber dem politischen Geschirr, was gerade bei Chaplin sicherlich auch stimmt, der Fall ist. Okay, also das ist, was ich heute sagen wollte. Gibt es Fragen? Einwände? goeie, goeie, goeie.